Haar Milch Ich glaub die Milch ist von Hitler Drückst du breit? Bist du auf ruckzulingeln? Kannst du bitte aufhören? Bist du bitte einfach ruckzulingeln? Du hast dich aggressiv mit deinem Geningeln, Joshua Kannst du bitte aufhören scheiße zu sein? Kannst du bitte einfach mal leise sein? Joshua Kannst du bitte dein Maul halten? Boah da kam fast ein bisschen Milch mit hoch Kannst du bitte dein Soll ich mal ein Bild mitnehmen? Auf dem Flughafen und die fragen dann so Wer ist das so ein fetter Mensch? Und dann bin ich festgenommen Oha guck mal hier ist schon ein kleiner Beutigam Stimmt die geile Hacke habe ich dann ja auch Bruder muss los Was? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-druhrrrrrra ICHCH mag Fleischpilchen Joshua ähm Du weißt wir sind dumm Äh du zumindest Zumindest Zumal Und deswegen kaufen wir auch Mini-Salamis, die glutenfrei sind und laktosefrei. Richtig. Ja. Genau. Lala... Aua, jetzt krabbelt mich irgendwas an deinem Arschloch. Jetzt ist weg. Wie kann man nur so sein wie du? Wie kann man nur so sein wie du? Joshua. 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 Warum? Ich frag gar nicht nach. Wie geht's dir in der Familie? Gut. Hat deine Mutter noch ge- Oh, Joshua. Machst du mich aggressiv, weißt du das? Ich frag dich einfach nicht, wie es da in der Familie geht, weil mich das eigentlich nicht interessiert. Finde ich gut. Wie geht's deiner Familie so? Einen kleinen Schwarzenuss. Friedelberg. Gibt's dir auch zu, komm? Das sah jetzt aber nicht so aus, als würdest du überleben. Nee. Das geht bei ihm. Was denkst du mit ihm ist alles zu gut? Der hat sich halt ne High-Ground-Festung gebaut. Nein, hier ist keine Truhe. Und du wirst sterben. Er hat die Truhe gelootet! Sieh's ein, du wirst sterben. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Der heckt's. Es geht bei ihm. I will nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020